Herzlich willkommen, liebe Freunde des gesunden Menschenverstandes. Genau darum geht es heute wiederum. Es geht um den gesunden Menschenverstand bzw. um die Wirtschaft des gesunden Menschenverstandes, um die österreichische Schule, Teil 2. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie sich aus Ideen, die in den Köpfen sich befinden, menschliches Handeln ergibt, dass menschliches Handeln eben auf Freiwilligkeit oder auf zwanghafter Kooperation oder erzwungenen Handlungen resultieren kann, dass wir Menschen eigentlich per se interessierter sind an Win-Win-Situationen, dass also beide Seiten nach der Kooperation besser gestellt sind als vorher. Und heute sprechen wir darüber, warum oder beginnen damit, warum die österreichische Schule trotz der enormen Relevanz so unbekannt ist. Viel Spaß. Es ist eben so, dass es kaum Bedeutung in den staatlichen Bildungsanrichtungen hat. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Das gilt nicht nur für die Bildung vor dem 18. Lebensjahr, sondern später auch im Rahmen der Erwachsenenbildung, also im Rahmen der universitären Lehre. Und die österreichische Schule ist eben auch eine Lehre, die sehr staatskritisch ist. Und eine staatskritische Lehre im staatlichen Bildungssystem, das ist ein Widerspruch. Und deswegen findet die österreichische Schule dort keine Aufmerksamkeit. Ja, der Staat, beziehungsweise die Akteure des Staates, stehen nicht für freiwillige Kooperationen. Wenn ich eben nicht diese Heizung einbaue, die da irgendjemand vorgibt, dann muss ich Strafe zahlen. 50.000 Euro oder was da im Gespräch war. Ich weiß es nicht mehr. Das ist so genau. Ja, und die Eingriffe von Staaten, beziehungsweise Staatslenkern, Regierungen etc. werden von den Denkern der österreichischen Schule sehr, sehr kritisch gesehen und tendenziell strikt abgelehnt. Warum? Weil eben ungewünschte Nebeneffekte eintreten. Und eben das Ziel, welches durch die Intervention, durch die Gesetzgebung etc. beabsichtigt wurde, gar nicht erreicht wird. Auch da ein Beispiel an der Stelle. Wir sind wieder beim Thema Heizungszwang. Wenn man eben sagt, jeder sollte eine Wärmepumpe einbauen, dann wird vorgegeben, das Ziel zu erreichen, die Umwelt zu schützen. Was aber passiert, ist, dass Häuser umgebaut werden müssen, dass Boden rausgerissen werden muss, weil eben Fußbodenheizung eingebaut werden muss. Und da kommt es eben zur Ressourcenverschwendung, weil dann eben neuer Boden eingebaut werden muss. Also das ist jetzt ein Beispiel. Und es gibt viele andere Beispiele, die man anführen könnte an der Stelle. Wenn wir vielleicht zu späteren Zeitpunkten auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, und dass die Interventionen ihre Wirkung verfehlen, das hat Ludwig von Mises, einer der richtig, wirklich prägenden Figuren der österreichischen Schule, mal mit der Interventionsspirale auf den Punkt gebracht. Auf einen Eingriff folgen immer mehr Eingriffe, weil eben die Ziele nicht erreicht werden, die vorgegeben werden. Und so folgt auf eine Intervention immer die nächste. Und mit jedem staatlichen Eingriff gibt es mehr Gesetze, es gibt mehr Vorschriften, und die persönliche und auch vor allem die unternehmerische Freiheit gehen verloren. Es stirbt also die Freiheit scheibchenweise. Und der Interventionismus, also der staatliche Eingriff in gewisse Prozesse der Marktwirtschaft, führt eben auch dazu, dass eine Güterabwägung mehr zählt als die andere. Und das sehen wir auch da wieder. Das ist jetzt aktuell das hochfrequentierte Beispiel hier von mir, viel genannt, ist eben das Thema Heizungszwang. Dann wäre es eben so, dass die Wärmepumpen irgendwo mehr zählen als andere. Die Gasheizung ist dann nichts mehr wert. Und dann profitieren einzelne Akteure, die möglicherweise nah am Start sind, und andere profitieren eben nicht. Also die einen profitieren zulasten der anderen. Und das eben auf Basis der staatlichen Aktivität. Und da muss man eben schauen, wo sind denn die Anreize? Und die Anreize sind eben da, dass es dort Lobbypolitik, Lobbyarbeit geben kann, um eben die Entscheidungsträger in der Gestalt zu beeinflussen, dass man profitiert. Und die großen Unternehmen haben da natürlich ganz andere Möglichkeiten als kleine Einzelkaufleute oder Mittelständler. Ja, und da geht es an der Stelle um Einzelinteressen oder um das Interesse von großen Sonderinteressen, Gruppierungen, um das Thema Lobbyarbeit. Auch die Aktivität und die Existenz der Zentralbanken sehen herausragende Vertreter der österreichischen Schule nicht nur kritisch, sondern extrem kritisch oder lehnen die Aktivität von Zentralbanken sogar ab. Auch staatlich legitimiertes Geld oder staatliches Zwangsgeld, da kommen wir dann in der allerletzten Ausgabe noch dazu. Auch das staatliches Geld wird sehr, sehr kritisch gesehen von den Denkern der österreichischen Schule. Geld sollte neutral sein und nicht politisch oder machtpolitisch einsetzbar. Und das Gegenteil ist eben heutzutage der Fall. Man kann das so ein bisschen überspitzen und kann sagen, wenn ein Politiker einen Austrian, also Austrian werden die Denker der österreichischen Schule genannt, wenn ein Politiker fragt, was soll ich denn wirtschaftspolitisch tun? Dann ist die Antwort, wenn es ein wirklicher Ausschönen ist, nichts. Halten Sie sich bitte aus dem Handeln der Menschen heraus und suchen Sie sich einen Job, um die Bedürfnisse der Menschen durch die Erzeugung von Produkten oder Erbringung von Dienstleistungen zu befriedigen. Dass man eben wirklich tätig ist und anderen Menschen die Bedürfnisse, anderen Menschen dient, indem man ihnen eben Produkte produziert oder Dienstleistungen erbringt. Unter dem Strich heißt das, dass Politiker in dieser Welt der Austrians keine Existenzberechtigung hätten, keine wirkliche Existenzberechtigung. Und ja, das ist eben ein großes Problem, dass die Politiker das zum Teil wissen, wenn sie eben die österreichische Schule kennen und dann lehnen sie die österreichische Schule eben ab. Dann ist es so, dass viele Wissenschaftler in den Universitäten und so weiter natürlich auch abhängig sind von Forschungsaufträgen. Die werden vergeben vom Staat, von privaten Stiftungen und da landen wir eben dann auch wieder bei den Sonderinteressengruppen und bei der Lobbyarbeit. Ja, der nächste Punkt ist, was sind eigentlich staatliche Ökonomen? Und ja, sie bekommen das Geld vom Staat und wir kennen die Wirtschaftsforschungsinstitute etc., die werden vom Staat unterhalten, sie werden vom Staat finanziert und vollkommen klar, dass man die Hand, die einen ernährt, dass man die nicht beißt. Und so unterliegen eben staatliche Ökonomen den Sachzwängen, die sich daraus ergeben. Übrigens, die meisten Ökonomen gab es seinerzeit prozentual gesehen in der UdSSR. Und klar, da geht es eben darum, gewisse Aktivitäten des Staates in irgendeiner Art und Weise wissenschaftlich zu argumentieren. Und das hat eben in der UdSSR scheinbar überhand genommen. Ja, und die staatlich alimentierten, also vom Staat finanzierten Ökonomen, die befürworten natürlich eher die staatliche Aktivität, also die staatliche Intervention, den staatlichen Eingriff in die Märkte. Und selbstverständlich ist die staatliche Lehre eben mit enormen finanziellen Mitteln ausgestattet, weil sie eben auch den Zugang natürlich haben zur Geldschöpfung und eben zu den Geldtöpfen des Staates. Und da der Staat eben nicht nur bezahlt ist aus dem Steueraufkommen, auf den Steuermitteln, sondern eben auch durch neue Staatsschulden, spielt auch das Geldmonopol, also die Geldschöpfung über die Zentralbank etc. eine große Rolle. Ja, und das ist etwas, was ich auch aus eigener Erfahrung sagen kann. Die Universitäten sind heutzutage zu einer reinen Zertifikateanstalt verkommen letztlich. Also man sammelt da die Zettel und es geht nicht darum, wirklich frei nach Kant den Mut zu haben, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Also eigenes Denken, kritisches Hinterfragen, wirklich aufrichtiges Hinterfragen sind nicht wirklich gewünscht. Das ist eher eine Wiederkäuer-Mentalität an der Stelle. Das heißt, die Wiederkäuer-Mentalität an den Universitäten ist hinderlich, um eben die österreichische Schule leben zu können und deswegen findet sie nicht statt. Und was wäre eigentlich schön? Zusammenhänge ansehen, selbst interpretieren, hinterfragen. Und das ist eben nicht der Fall leider. Ja, natürlich liegt es auch daran, es gab mal einen Studiengang in Berlin, der Hendrik Hagedorn hat das entwickelt seinerzeit mit dem Herrn Kurz, der auch bei der Hayek-Gesellschaft sehr aktiv ist, eben einen Lehrgang, beziehungsweise einen Studiengang österreichische Schule anzubieten. Das hat sich allerdings nicht ganz durchgesetzt, weil es eben schlecht finanziert war, leider. Und so kommt eben da wirklich kein tatsächlicher konkurrenzwirtschaftlicher Charakter auf, weil eben da nicht mit identischen Karten oder mit fairen Mitteln gekämpft wird an der Stelle, im Kampf um diese Ideen, die die Köpfe beeinflussen. Also die Lehrpläne sind da an der Stelle sehr, sehr identisch und das ist schädlich. Und die Bildungsmisere in Deutschland ist offensichtlich, das ist jetzt ein kleiner Exkurs an der Stelle, in den MINT-Fächern, also Mathematik, IT, Naturwissenschaft, Technologie, liegt Deutschland im internationalen Ranking hinter Vietnam. Nichts gegen Vietnam, aber doch eher ein Schwellenland und wir liegen dahinter. Es wird wirklich bitter mittlerweile und die Pressemitteilungen der letzten Wochen und Monate belegen das auch entsprechend. Das heißt, ein Umdenken ist erforderlich, es ist wichtig, dass die Eltern selber auch die Kinder fördern in Richtung ihrer Interessen und Leidenschaften, dass eben gewisse Basics auch durch das Elternhaus ganz offensichtlich mittlerweile vermittelt werden sollten, weil der Staat eben das mit der Bildung nicht mehr auf die Reihe bekommt. Ja, da bin ich natürlich jetzt sehr kritisch, aber aus meiner Sicht bestätigt das der Status quo, den wir aktuell vorfinden. Ja, wie bin ich denn zur österreichischen Schule gekommen und was hat mich überzeugt? Also mein Hintergrund, wo komme ich her? Ich komme aus einer Unternehmerfamilie groß geworden, habe das also mit der Marktwirtschaft letztlich irgendwo mit den Genen mitbekommen, habe das immer mitbekommen von klein auf auch und habe das so von der Praxis aus gelernt und habe dann später mit der österreichischen Schule dann eben auch die theoretische Heimat gefunden. So kann man das vielleicht auf den Punkt bringen. Ich habe Bankkaufmann gelernt und fand das da extrem spannend, das Thema Geld, die Zusammenhänge, die makroökonomischen Zusammenhänge, die Gesamtvolkswirtschaft, die Zusammenhänge sozusagen und auch natürlich das Thema Börse etc. Sehr, sehr interessant und für mich und bin dann studieren gegangen, Diplom Wirtschaftsinformatik studiert und auch abgeschlossen in Dortmund und habe da eben auch Schwerpunkte gesetzt im Bereich Ökonomie, weil mich das eben super interessiert hat. Und da habe ich es gesehen, okay, der Hayek, Friedrich August von Hayek, der Nobelpreisträger aus den Jahren 1974, ein herausragender Vertreter der österreichischen Schule, der wurde vielleicht mal erwähnt, aber dem hat man auch nicht unnötig eine große Bühne gegeben. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also die österreichische Schule habe ich da tendenziell eher nicht mitbekommen, beziehungsweise von der Begrifflichkeit war nie die Rede, nur von Hayek mal. Ja, und so hat man es eben mir auch mitgeteilt und uns letzten Endes so beschult, dass man gesagt hat, ja, es ist wichtig, dass der Staat da und da fallweise eingreift. Tja, wo endet das? Das ist die Frage. Wo hört es auf? Und dass eben auch die Zentralbanken an der Stelle durch Geldpolitik die Wirtschaft steuern können. Ich war da auch von beseelt. Ich fand das total spannend. Ich habe das auch so in der Theorie verstanden. Wirtschaftsstimulieren heißt eben, dass man die Zinsen senkt. Dann kommt Geld in den Markt. Es kommt zur Nachfrage. Und so steigt die Wirtschaft dann wieder. So zieht sie wieder an. Und wenn man sie eben, weil sie überhitzt ist, weil die Preise anziehen, wenn man die Wirtschaft bremsen möchte, dann hebt man die Zinsen an, drosselt die Geldproduktion, die Nachfrage geht zurück und die Wirtschaft kühlt sich ab. Und ich ging irgendwie davon aus, dass man das alles irgendwie mathematisch modellieren könnte. Und ja, war da, wie schon gesagt, so richtig beseelt davon. Dann kam die Krise 2007, 2008. Und das ist auch das, was ich eingangs sagte. Es ist letztlich so, dass viele, die zur österreichischen Schule gekommen sind, diese Krise von 2007, 2008 als Anlass genommen haben, die staatlich befürwortete Ökonomie deutlich stärker in die Kritik zu nehmen und nach Antworten für die Krise zu suchen. Und so war es auch bei mir. Und so ging es dann eben immer weiter, dass ich überlegt habe, was ist da vor sich gegangen? Ich habe nach Antworten gesucht. Ich habe halt festgestellt, dass im Grunde nur die Austrians, die Vertreter der österreichischen Schule, diese Krise haben kommen sehen und das eben schon so skizziert und beschrieben haben. Ja, letzten Endes kam ich dann zu der Erkenntnis, dass eben einige Finanzinstitute, das war ja offensichtlich, dass einige Finanzinstitute staatlich gestützt wurden. Lehman hat man pleite gehen lassen. Einige andere hat man gerettet. Auch in Deutschland sind viele verschwunden. Einige hat man gerettet, wie eben die Commerzbank. Und in den USA hat man eben Lehman pleite gehen lassen. Und das hat dafür gesorgt, dass diese Marktanteile dann bei deutlich größeren Instituten gelandet sind. Also die Welt hat sich in diesem Bereich deutlich mehr oligarchisiert und irgendwie mutet das so ein bisschen nach Willkür an. Das war etwas, was ich da schon festgestellt habe und was natürlich auch auf der Hand liegt. Also wen rettet man? Wer hat die heißeren Drähte zur Politik und zu den Zentralbanken? Der wird gerettet. Also das liegt auf der Hand. Und ja, also letztlich, wie schon gesagt, hatte ich nach den Gründen für diese Krise gesucht, keine Antworten bekommen und habe eben dann irgendwann festgestellt, dass die Austrians da sehr, sehr gute Antworten bekommen haben oder gefunden haben. Und diese Krise 2007, 2008, wie auch jede Krise im Endeffekt, ist entstanden durch zu viel und zu günstiges Geld. Also durch zu niedrige Zinsen. Und die Zinsen werden eben massiv von den Zentralbanken beeinflusst. Und die wurden eben herabgesetzt. Es kam zu einem Immobilienboom und der crashte dann, als Zinsen angehoben wurden. So, und dann war die Krise da. Wie hat man sie bekämpft? Genau mit den exakten Mitteln, mit den identischen Mitteln, wodurch sie entstanden sind, nämlich durch zu viel und zu günstiges Geld. Und damit hat man sie dann wieder bekämpft, die Krise. Ja, und dann landete eben sehr, sehr viel Geld in den Spekulationskreisläufen in der Finanzwirtschaft. Diese Ressourcen wurden der Realwirtschaft entzogen, also so ein bisschen eine parasitäre Finanzwirtschaft aufgezogen. Und dann kam es eben zu umverteilenden Effekten. Also der Häuserpreisindex ist von 2010 bis 2022 um 110 Prozent gestiegen und die durchschnittlichen Nettolöhne nur um 38 Prozent. Und da aus diesem Umstand, aus diesem Vergleich, aus dieser Relation wird deutlich, dass es eben für den durchschnittlichen Lohnempfänger nicht mehr möglich ist oder nur schwer möglich ist, Immobilieneigentum sich zu kaufen. Und das war eben entstanden durch das Gelddrucken nach der Krise 2007, 2008 und eben nach der Euro-Krise, die im Jahr 2010 ungefähr begonnen hat. Ja, und irgendwann hatte ich dann die Erkenntnis, dass sich eben menschliches Handeln, das Handeln von Milliarden von Menschen, von Milliarden von Wirtschaftssubjekten, dass sich das nicht wirklich mathematisch modellieren lässt. Also die Zentralbanken agieren eben so, dass sie die Dinge mathematisch modellieren und dieser Umstand funktioniert eben nur, dass die Menschen das zulassen, dass sie eben glauben oder der Annahme anhängig sind, dass diese mathematischen Modelle funktionieren könnten, dass es eben möglich ist, dass die Zentralbank dort fallweise agiert, eingreift, die Zinsen festlegt etc. Die mathematischen Modelle sind eben fehleranfällig, logischerweise Milliarden Menschen sind Milliarden Variablen. Das ist sehr, sehr schwierig, daraus wirklich etwas hinzubringen, hinzubringen, was funktionieren kann. Und letztlich kann man da von einer Hybris sprechen, einer Modellhybris, die wir erleben. Ja, je mehr Variablen, Milliarden Menschen, desto chaotischer ist ein Modell. Mathematische Ökonomen müssen Annahmen treffen, das ist ein großes Problem an der Stelle. Und menschliches Handeln ist eben derart dynamisch, dass es auch in jeder Epoche anders ist, dass diese statischen Modelle, die sehr, sehr statisch sind, da immer hinterherlaufen und eben nicht nah an der Realität orientiert sind. Ja, die mathematischen Modelle scheitern an der Realität, das habe ich irgendwann erkannt. Und bei der Zentralbankpolitik ist das besonders ersichtlich aus meiner Sicht und es ist ein klassischer Zirkelschuss. Wir erleben das aktuell, dass eben die Teuerung bekämpft werden soll. Man hebt die Zinsen an seitens der Zentralbank, auch ziemlich zügig seit 2022 und dann zügig nach oben damit. Und ja, da ist eben die Fragestellung, Teuerung bekämpfen, Zinsen rauf oder Wirtschaft stimulieren, Zinsen runter. Beides geht nicht. Aktuell stellen wir fest, wir befinden uns schon in einer rezessiven Phase, die Wirtschaft schwächt sich merklich ab und jetzt steht die Zentralbank eben vor dem Debakel zu überlegen, ja, was machen wir? Bekämpfen wir die Teuerung oder stimulieren wir die Wirtschaft? Beides funktioniert nicht. Und die Zentralbanken agieren dann natürlich auch immer im Nachhinein. Sie sehen erst später, was die mathematisch errechnete Theorie dann in der Praxis ergeben hat. Ja, und wenn es dann zur Teuerung kommt, dann reagieren sie eben, wie das jetzt passiert ist, durch steigende Zinsen. Aber durch die steigenden Zinsen wirken sie die Wirtschaft immer weiter ab. Katastrophe. Eine Zentralbank oder die Zentralbanken würden einem Wettbewerb mit privatwirtschaftlichen Angeboten nicht standhalten können. Daher ist es ein Zwangsmonopol. Das ist schon mal einleitend wichtig zu erwähnen. Wir kommen dann später noch in den Geldteil. Ein wenig tiefer gehend bringen wir das zur Sprache. Der Schaden ist entstanden, das haben wir jetzt gesehen, mit der Teuerung nach 2020. Und die Krisen, die sich daraus ergeben und eben die Art und Weise, wie darauf reagiert wird, sind im Grunde immer Beschleunungsphasen der politischen Ermächtigung und der Zentralisierung, der Machtzentralisierung und auch der Oligarchisierung von gewissen Märkten. Wir haben das gesehen in der Bankenlandschaft. Die UBS zusammen jetzt mit der Credit Suisse bzw. die Credit Suisse gibt es nicht mehr. Die wurde übernommen von der UBS. Das hat sich zentralisiert. Auch da an der Stelle ein riesen Superinstitut, ein wahnsinniges Klumpenrisiko angehäuft. Das ist also durchaus auch gefährlich. Und 2007, 2008 war es eben auch so. JP Morgan hat extrem von der Krise profitiert und Marktanteile von anderen Instituten übernommen, die eine Pleite hingelegt wurden oder die eben auch nicht gerettet wurden. Ja, kommen wir zu der Besonderheit und fangen wir an, ein wenig die Methodik langsam anzureißen und den Unterschied zur herkömmlichen Ökonomie herauszuarbeiten.